Rea, du musst mir mal erklären, was das mit ihrem Freund, deiner Freundin auf sich hat, der genauso klingt wie ich, weil das geht jetzt schon seit Wochen so im Twitter. Ja, ich weiß, der trollt. Ja, also, ich hab halt jetzt, als ich das vorletzte Mal bei ihr war, hab ich halt ihren Freund das erste Mal kennengelernt. Und seine Stimme hat mich dauerhaft an irgendwen erinnert, mir fiel aber einfach nicht ein an wen. Und dann dachte ich mir irgendwann so, als er irgendwas, er hat irgendwas gesagt und ich dachte mir so, das hätte er auch genauso gut Harpe sagen können. Und jetzt jedes Mal, wenn ich seine Stimme höre, muss ich daran denken, dass er einfach genauso klingt wie du. Das ist voll komisch. Ja, ich hab voll Spaß hier oben mit Quinn, ne? Ja. Das war uns schon. Ja, dann farm ich halt nicht. Muss weiss, Nasus war auch gar nicht. Doch, eigentlich schon. Haben das Nasus total überbewertet. Einfach AP-Bomb. Der Alistair hat übrigens kein Flash. AP-Bomb, wo ich der Tank bin, ja? Hab ich schon im Chat geschrieben, Rea. Weißt du was, Ratta, das hättest du auch noch unter die Scheibe legen können, ja? Damit man es noch schwieriger sehen kann. Auf dem iPhone kann man es echt nicht sehen. Und schon gar nicht, wenn man immer auf deine Runde... Ja, äh, äh, Harpe! Ja. Hätte ich machen können. Deine Quinn ist es erst. Nächste Mal. Ja. Meine Quinn ist es erst. Ja, stimmt. Entschuldigung. Du hast kein Flash mehr. Ich aber auch nicht. Ja, war auch noch. Boah, der Jungle ist ja nicht ganz so sehr wie die Lane. Boah, der Draven pusht so hart. Nicht die Menü anhalten. Ja, also müsst ihr ohne genauso vorsichtig spielen wie ich oben, ja? Ja. Das war leider meine Wave jetzt gepusht, jetzt kommt nicht. Kann den Draven halt nicht auch Trades machen. Unmöglich. Am Early. Bein Ding, ich weiß noch nicht. Die... Es sah zwar so aus, als würde der Alistar schwolen wollen. Aber ich finde... Er ist auch wieder hingekommen und ist von einem Busch in den anderen geflasht. Ja. Also wenn ihr kein Flash mehr habt, dann müssten wir sie eigentlich jetzt bald ganken hier oben. Wie auch immer. Gerade Zeit, das wird. Aber das ist halt schwer mit Diana vor der W6. Ja, das ist richtig. Die kann quasi ihre Q werfen und mit der E auf die Lane laufen und das war's. Und wenn ich wirklich gankte, macht jeweils Schaden und bringen zwar äh... Ding und Spot zahlt. Okay. Für ihn hast du ein Award für einen Freibusch, eventuell? Ja, das ist... Oh, die schießt auch jeden zweiten Hit auf mich, weißt du? Die geht mir auf den Kekse. Das ist normal. Alter. Finger weg, Bro. Finger weg. Ja, ich kann ihn halbwegs traden. Aber das war gerade auch einfach nur, weil er mit angegriffen hat und er neben der Wand stand und ich mir so dachte nach Jo. Okay, Hotline, halt. Äh, ja. Und so willst. Dann wird zuerst das hier gebaut. Weil jetzt Dream tut ihr das gerade nicht? Kann nichts sehen, ne? Ne. Außer wenn du LOL spielst, da kannst du eben LOL natürlich selber nachgucken. Uah. Iiii. Ne. Alles, der kommt ja auch. Der ist gefällt, der ist auch. Der ist auch, der ist fast. Der Dreamfahrt hat aber übelst Zeit verloren. Der hat dann mal einen Redbox gekannt. Also zugucken und klug scheißen, ja, aber selber spielen und dabei verkacken, nein. Der muss das Spiel ja nur unterladen, dann kannst du zugucken. Ich wollte gerade sagen. Ich habe keinen Platz mehr auf meine Festplatte. Ja, 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 ja. Aber am Mittwoch kommt eine neue SSD, dann habe ich wieder Platz. Uuh. Ich schmeiß einfach schnell auf den Fall. Das geht nicht. Das ist alles wertvoll. Ich bin so ein Daten-Messi. Ich kann Sachen nicht mehr löschen. Quint ist Level 6, also die kann relativ schnell dann immer bei euch sein, ne? Also gerade bei der Mitte. Ja, Mitte ist alles noch okay. Ja, Botlin ist auch safe. Im Moment hat Quint keinen Mana. Und ich werde auch Teufel dir irgendwas antun, dass er irgendwie... Ich fahre mal etwas safe mit dem Tower an. Ja, mach ich auch. Alter. Quinn Miss, Quinn Miss, Quinn Miss, Quinn Miss. Jetzt hat er gerade aber auch ein bisschen Kraft getreut, der Junge. Ah, ja, ja. Er wird Itemvorteil mir gegenüber haben, wenn er böse geht, definitiv. Und er wird am Anfang mehr Schaden haben als ich, weil er halt einfach einen... Entweder einen Ascent Reaver oder einen Blade... Äh, einen Infinity Bound wird. Infinity Nummerweise. Nisga, Bosch und Draven. Ich will jetzt ja übrigens, wir müssen uns ärgern, aber der Alice da hat Wallorts drin. Ja, ich weiß, ich hab's schon gesehen. Ich hab's vorhin auch gesagt. Der Kack gerade. Geht... Alter. Ich weiß noch nicht, was der... Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich von ihm Alice da halten soll. Was? Ja, ich hab Ulti-Draven aber auch. Finn, ich hätte gerne eigentlich so gut wie immer, wenn du einen Ward hast, einem Trailbush gerne. Du musst dich einrichten. Weil, auch wenn wir unterm Tower stehen, das ist ein Alice da und der ist jetzt gleich Level 6 und wenn er hier in Grace vorbeikommt... Ähm, ja. Bin ich trotzdem gleichzeitig mit ihm Level 6 und das macht die Wardive dann doch ganz schön schwierig. Ja, trotzdem. Fack ist es Draven. Ich geh nicht so weit raus. Also, Quinn ist oben schon, äh... ...angreifbar gerade. Sag ich mal so. Wenn du mal irgendwo in der Nähe bist. Ja. Ja. Ja, ich bin ja selbst in der Gegend. Ist schon in der eigentliche... Ja. Ich glaube tatsächlich... Ich nicht. Ich kann versuchen zu ganken. Ich hab zwar meinen Jungle Atom noch nicht, das heißt, ich hab noch nicht so viel Schaden... Queen Miss, Queen Miss, pass auf in der Mitte. Mein Games kann ich auch hier. Hm, Finn, kannst du's mal, wenn... ... die Caster Minions unter dem Charat stehen... Finn, komm wieder nach oben. ...go live, einmal einen Auto-Tag drauf machen. Können wir machen. Ja, sonst krieg ich die nicht gelastet. Oh, da ist er ja wieder. Ja. Wieso Botlane ist jetzt Base? Nichts weg, die können doch so... Nein, die sind Base. Pass auf, da kommt Graven bei dir in der Mitte. Das ist Graves. Ja, Graves mach ich doch. Die heißen noch alle gleich. Wie heißt das, was denn hier los? Gibt's da was umsonst? Ich fürchte, ja. Dann kill, wenn du pecherst. Aber sieht nicht so aus. Nee, ich hab den Ulti geblockt. Okay, komm. So. Ja, der hat sich für einen Kall gekauft. Okay, der Draiden hat sich einen Kall gekauft. Aber er hat nicht wirklich Gold Advantage mehr gegenüber eigentlich. Ich hab die Quinnen gerade mit einem Kuh fast kaputt gehauen. Guck, wie viel Leben die die Quinnen noch hat. Das war ein Schlag von mir. Nee. Er hat eigentlich überhaupt keine Gold Advantage mehr gegenüber fast gar nicht. Gf, er hat halt Kall gebaut, ne? Ja, das ist witzig. Ja, das ist witzig. Sonst wäre sie jetzt nicht weggegangen. Ja, wobei, das Kall hat er sich jetzt erst gekauft. Ja. Die hab ich schon weggeportet jetzt. Die ist ja schnell wieder da. Ja. Die kann sich's leisten. Ja, das ist nervig an Sprint. Ja gut, ich geh auf Full Tank. Die wird irgendwann nichts mehr an mich machen hier. Und von seinen Trucks steht mir auch gleich rein. Okay, Christ ist im Topside-Jungle. Also ich würd mit Laden und Top-Laden aufpassen, ob er da vielleicht kein... Da ist er ja. Da ist er ja. Zum Last-Set, ohne Scheiß. Bist du in der Nähe? Da können wir ihn vielleicht kriegen. Je nachdem, wo er hingeht. Ich weiß nicht, Mana. Achso. Na gut. Malzahar ist auch weg. Hier haben wir den Malzahar. Voll vergessen. Er ist noch da. Jetzt wieder. Das war knapp. Ja, Malzahar? Ja. 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 Oh, da ist er ja. Und tschüss. Direkt mal wegflächen. Ja, die Ult wäre nicht nötig gewesen, aber... Boah, sich hätte er mich gewonshottet. Ja, das ist das. Aber ich hatte eigentlich nur vorgehabt, ihn zu traden. Also ich wär glaub ich auch später rausgekommen. Ne, wärst du nicht. Oh, der will jetzt von hinten ran. Ah, auch gut. Komm ruhig. Er musste ja schon auf die Zeit steppen, weil er sonst von meinen Wirbelstumpen getroffen worden wär. Ja. Sonst hätte er schon vorher seine E oder seine W oder so was mit dem Seitenschlupfen gesworfen. Und dann hätte er die Doppelachse auf dich drauf bekommen. Bis die E bringt's. Oh, ich hab die Ulti einfach nicht bedacht. Ich hab gerade noch so... Ulan, ich hab die Ulti einfach nicht bedacht. OBS, OBS weiterhin, okay, alles gut. Eh, mal schauen, was... ja mal einkaufen ich habe ja ja wir machen hier unten nicht machen wir so das fertig kaufen und dann kaufen wir uns mal das hier und dann teleportieren wieder rauf und hoffen dass mein tower überlebt danke wenn er keines ist gekriegt das ist schade aber macht welch ich krieg mein es ist schon noch an keine angst ich habe trotzdem nicht vor offensiv gegen ihn zu gehen übrigens also die quinn habe ich sehr schnell kaputt ja sie dich aber auch wenn sie in blind richtig selbst nee sie hat mich gar geblindet ich bin einfach hinterher gerannt ok nehme ich doch den blue buff wenn du mir so gibst kein bass ich habe meinen ähm mit der ss äh 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 vielleicht das hat er selber gar nicht bass weil älister der tot war und da ist er wieder das habe ich das habe ich jetzt das hier das hier hat er immer noch ss ach mit der glatter die macht ja gar keinen schaden an mir was ist denn das langweilig ja und ich hoffe es ist ja ein wort m die wurden die wurden zum richtigen mittel oder trägt er hat er bis auch müssen bei der die umgeworden als er geht auch gut nein er hat da hat er gewohnt am hohen um wenn wir in Worte fachkursen wenn wir den Drake holen Rössky ja wir sehen nur zwei von denen mal 3 ok den 3 ist trotzdem zu ist die ich gehe fast davon aus dass der Draven Base gegangen sein wird ja was hat er ok also er fällt dann nicht durch also noch ist botlane gankbar er hat zwar mehr schaden als ich aber ja aber nicht viel der einzige was da etwas ausliegt hat meine Bolzen reichige Tech Speed Power Mitte get down alles gut nach 15 Minuten er schießt jetzt 2-1 irgendwie spielt hier alles passiv gerade oder? ja aber ist auch gut so so gehört sich das für ranked und umso länger das Spiel dauert und umso länger das Spiel dauert ich meine wir haben wir haben und Nasus umso länger das Spiel dauert umso besser botlane ja ja falls er arm ist oh scheiße Graves ist da nein ich kann das nicht fighten ich kann das gegen Graves nicht fighten ich bin auch noch da das weiß ich ok jetzt 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 drauf 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 und rein ja gut aber ich nicht mehr raus scheiße scheiße ich bin tot ich bin so tot oh mein Gott oh mein Gott ich lebe hoch ich lebe ich lebe Mama ja ok lauf, 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 lauf oh Gott, oh Gott, oh Gott bin ich echt so gut das war leider der Stun hätte eigentlich oh leid die Hitbox war gerade richtig komisch ja also der hat keine Ulti mehr Malzah drücken mitte durch ja, der schon mitte ok fragen wir so das ist ziemlich nackig malzah kann ich halt auch blöd ganken weil wenn ich ganken werde ich gut ja ist sie sicher nicht graden ich geh einfach fast ist in Ordnung quinn miss jo ja ok das gute ist der Draven hat keinen Kill gekriegt ich hab ein Sunfire Umhang schon fertig also er hat 30 Farmen mehr als ich was ein bisschen krass ist aber ich hab halt nen Kill und nen Assist mehr und Item Vorsprung gerade aber er hat halt trotzdem mehr Schaden weil zum Draven hat jetzt wird er da doch gehen wir wieder ans Passiv spielen hoho ich hasse es mit Vayne Passiv zu spielen aber es ist halt eigentlich schon fast schon der Akkus überbringt wenn wir sie zusammen vordern ich würde tja wenn du sie fast one hit'n kannst ja auch weg also hat noch das leite naja naja jetzt fehlt mein Tower war so ne Scheiße äh 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 erst mal noch zwei Stoffrisse kaufen so jetzt machen wir den zweiten Tower hinterher das ist klar ja mit drei Mann ja mit drei Mann richtig wir können Butler nicht weg er ist unser Tower auch weg ist er wahrscheinlich sowieso nein 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 sagen wir so jetzt bist du halt echt ganz leid auf deinem U-Baut gut versuch den Blut zu stehlen naja da war noch da war noch ein Minion egal geht wieder auf eure Lane ist alles gut steht 4-4 jetzt haben wir 2.000 auf verloren und es ist nicht so tragisch kriegen wir nicht die 3 3 meine Sau schon weg ja ich mein jetzt grad in diesem Moment haben wir 2.000 auf verloren oh da ist noch einer lass sowas einfach einfach passiv weiterspielen und gucken dass wir irgendwie ins Late Game kommen so irgendwie steht 4-4 das schaffen wir na sag das nicht meine beiden Tower waren nicht nur weil sie zu dritter waren die werden uns oh Gott das wen ich bin so tot oh la ich liebe warte warum die mich irgendwas hast du falsch gemacht du lebst noch Quinn ist da Quinn ist hier Finn Finn das ist gut lauf einfach weiter das ist unwichtig nee ne doch weil ich kann gold gehen der hat mal wieder kein kill gekriegt gut so er hat nicht mal ein assist für mich bekommen er hat nicht mal ein assist für mich bekommen dann mach ich oben den Tau von ihr und die jetzt drachen machen ich muss einfach farm ich kann sie besser richtig einfach weiter farm meine Items durchzufarmen und alles ich glaub wenn ich meinen Rapid Firekunden hab sollte ich alles tun können ich brauch meinen Urlaub wenn Max raus kann was war ne ja der dort macht er viel schade ja und der ist auch hoch und der steht 5 neu der hat seinen Rabber dann schade ja ich könnte noch mal oder die beziehungsweise er er wird sein dort unter damit was was machen um zu farmen ab dem was willst du hinter mir ey doch wir müssen weiter ja mitte fällt Problem ist, äh, Quinn... Quinn ist... Quinn ist... Quinn kann überall sein. Ja. Quinn ist... Das Quinn... Das ist Quinn ist rot. Ich hol mal jetzt nichts Dornepanzer, alles ist gut. Okay, Quinn ist hier. Also Quinn ist bot-side. Quinn ist bot-side? Ja, Quinn ist bot-side. Ich hatte auch einen darf. Dann killen wir die jetzt gleich. Die wird, glaube ich, schon wieder weg sein. Der Busch ist gewollt. Wer ist das da? Okay, Quinn ist da oben. Kannst du die? Kriegst du die? Kriegst du die? Kriegst du die? Komm mal. Nee, ich krieg sie nicht auf den Wacken, schon, dass ich sie nicht sehen kann. Ja, ich weiß. Hinter dir. Hinter dir? Ja. Was? Wieso hat er tickt mich in der Tower? Ich hab meine ulti vor meiner Queue gedrückt, im Ernst? Achtung, Meiserhaut. Uuuuuhh, Spaß. Ich bin von da oben. Alle drei, meine Freunde. Ah, toll. Ich bin weg, ich bin tot. Nein. Noch nicht. Bin ich nicht. Noch nicht. Aber ich muss jetzt weg, wir müssen ein Top Tower. Ja, wir haben Top Tower gedrefft werden. Ja, wir haben Top Tower gedrefft werden. Ja, wir haben Top Tower gedrefft werden. Die wird gleich wieder ab. Die wird gleich Mitte fliegen. Sturie gehen nicht so weit raus. Ja, so jung. Die kommt schon an hier. Ja, wir haben halt null Vision. Das ist das Problem. Wir können die ganze Zeit ohne Probleme durch unser Jungle laufen und ja. Ja, siehst du, wo sie sind. Ich ziehe da hin. Ein Teil von dem, weil sie hast Botline. Bei ihm ist auch Botline. Wir sind jetzt alle Botline. So, ich muss auch mal hier einen finden. Ich hab ja fast schon Damage gemacht. Und mir. Ich muss einmal kurz back, dann bin ich da. Ich bin nicht Top. Nicht in der, nicht in der, nicht in der, nicht her. Wir müssen Deffen, wir müssen Deffen. Es gibt keine Deffen. Ander muss Top. Ich geh Top. Okay. Falls du eine Köhne aufhalten kannst. Boah, er muss ja nur Deffen am Tower. Ziemlich, ja. Ziemlich groß. Ich bin da. Bitte fall da nicht rein. Äh, spring da nicht rein. Na, ab hier hab ich ja überhaupt keine Rüstung, ne? Bis jetzt. Das ist das Problem, was Sache ist schon. Der Schaden. Zwischen Leben und Tod. Fliegt die Unsterblichkeit. Alter, guck. Baah, komm. Komm. Auf Quinn, auf Quinn, auf Quinn. Auf Quinn. Auf Quinn. Spiel wird nichts. Good job. Die Kiste ist groß. Ja, Rotland. Turret ist weg. Any Turret. Wahrscheinlich. Ja, er gibt's. Nee, nee. Oder er abated. Er abated. Er abated. Ja. Ja, was hätten wir machen sollen? Wir konnten da nichts machen. Lass sie laufen, lass sie laufen, lass sie laufen. Lass sie laufen, lass sie laufen. Lass sie laufen. Lass sie jetzt eh nicht. Versuch den Tower zu verteidigen. Geh weiter. Ach, du bist mit okay. Okay. Ja, ich muss halt drücken. Ich muss halt drücken. Sonst komm ich nicht noch mal herhalten. Ja, ja. Dann war nix. Dann stell irgendwo Wurzel auf, das was siehst. Ja. Ja, wenn wir seit einem Wurzel da haben, eigentlich da. Und da bringt er uns relativ wenig anstellen auf den Team. Oder das Tier. Wir brauchen da noch einen. Ich hab euch gesagt, lieber einen im Drag. Aber ich hab grad keinen. Ach, schau. Quino, will die hin? Ich bin nicht da, ich bin Botlane. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir gelaufen. Oder, äh, oder tötet sie einfach, genau. Das ist immer ne gute Idee, einfach töten. Tötet sie, tötet sie. Alles gut. Ich war gar nicht mal drinnen, ich stand davor. Ja, ja, gib mir das ruhig mal mit. Das macht schade an mir, das ist echt übel, ey. Was? Ich magiere sie. Ja, ne, ich magiere sie. Richtig, weil ich ja gegen die anderen beiden gespielt habe. Na ja, auch schon 6-0. Ja, da muss ich mal mein Dings fertig bauen. Äh. Mein Warmox, oder wie das heißt. Du brauchst ne Spirit Visage. Ganz dringend. Am besten noch, passt noch eher, am besten Banshees. Mach, pass auf. Was? Ich überleg dann, ob Spirit Visage oder Banshees schlauer wäre. Wenn du Glück hast, kannst du mit Banshees die Malzaha old blocken. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist noch zu gering. Ja, und das andere gibt dir halt 20% geben. Hi Malzaha. Na? Alles klar mit dir? Okay, haben wir. Ziel erreicht. Boah, jetzt bin ich mir ein... Boah, richtig schön Gold gesungen. Entschuldigung. Waren vorbei, rennen kaputt gemacht. Sind schon wie am Dragon, ne? Mhm. Hier oben sind noch, äh, der... Der ist ein Warhard. Stimmt. Haut ab. Geht. Ja, ja, ich hab kein Mana, stimmt. Auch wenn du Mana hättest, ey. Ich werd Botland, äh, Mittel versuchen. Von denen ist doch keiner, der was für Schaden an mir macht. Da hätt ich ruhig... Also, das war egal. Ist ja nur Malz hat ja Schaden an mir macht. Ja, stimmt. Malz war tot. Hab ich nicht gesehen. Hab ich mal vorher umgebracht. So, jetzt hab ich ein bisschen, äh... Bisschen Magie Resi. Okay. Ich hab mal die Geistergute gekauft, die ist schon okay. Ja. Oh, pass auf, von der Mitte kommt noch einer, vom... Vom River, da war grad was zu sehen. Hm, ich hab ein Warhard und... Ich hab hier Mittig gebacken. Kriegst du... Kriegst du den Draven alleine? Wahrscheinlich. Ne. Pfff... Es ist klar, dass du dir nicht fighten kannst. Er ist aber wahrscheinlich nicht mehr da, ne? Ne, komm. Ist halt, äh... Ist halt ein Draven, ne? Er wird hier in nem Bus weggehen. Graves? Ja. Der ist neig. Ich ziehe da hin. Komm, komm hinten. Ich auch. Ich spiel so scheiße. Guck mal, du. Auch grad tatsächlich ziehe jetzt gleich. Wär auch mal besser mit Vayne. Ich muss Base, ich hab mein Item durch. Jaja, mach du mal. Opfer du mal deine Ulti für mich. Für den... Für den... Für den Tank... Für den Tank die Ulti Opfern. Das ist schon... Das war schon nicht schlecht. Haben wir ganz nett gemacht. Ich auch. Ich hau mich auf mit Kuh. Mit Kuh. Ja. Oh, hier ist ja noch einer. Oh, die Quinn, die Quinn. Ich bin tot. Ähm... Bleib hier, Malza. Bitch, kannst du den natürlich... Ne, jetzt hab ich... Durch diesen Scheiß... Dodge, krieg ich so viel Schaden. Und... Good job. Wir müssen pushen Mitte. Mitte durch einfach. Tower. Also, das ist Leben... Alistar und Quinn. Quinn ist kein Problem. Die können ihn nicht aufhalten. Wenn ich lebe, gehe ich fort, ey. Ihr solltet... Eigentlich nen Tower holen können. Mindestens. Ja, locker. Ja. Ja, den doch kriegen wir auf jeden Fall. Ja. Nein, meinst du... Sunfeier macht immer, dass der Turm auf mich schießt. Okay. Finn, willst du botlane alleine gehen? Ich geh die Top. Alter Gott. Ja. Weiter komm, nächste Tower. Pass auf. Meist du halb die Frieda und Draven auch. Ja. Ja, dann gehen wir lieber. Ich kann jetzt Toplane ein Stück rauspushen. Ich weiß noch nicht wie weit. Ich geh einkaufen. Gute Idee mach ich auch. Wollen wir Buff tauschen? Mh... Okay, beide. Janna und die Boss. Große Kügelei. Mehr Rüstung. Entschuldigung. Kügelei der Halbstarken. Was? Der Halbstarken? Wo? Botlane. Ich gegen die Minions. Ah, okay. Pass auf, die anderen können runterkommen. Geh nicht zu weit raus. Geh nicht zu weit raus. Geh nicht zu weit raus. Ich hab... Ich hab... Oh, die machen... Die gehen in Richtung... Die gehen in Richtung Baron. Oh, heilige Scheiße. Ich sollte meinen Arsch hier wegbewegen. Kannst du Baron beworben oder sowas? Ich? Mein Saar ist da. Nein! Ah, da sind sie. Guck mal, da. Ich kann hier gar nichts. Von denen ist keiner an Bord dein Jungle? Die Scheiße. Ja, die sind alle oben. Die sind beim Baron, die sind beim Baron, ja. Ja, ja. Du bist tot. Geh einfach. Geh einfach. Du hättest da einen Watt geboter zu müssen. Ich hab kein Watt! Mach's da. Ach so. Was soll ich tun? Ja, da hättest du nicht stolz. Brauch ich hingehen. Treffen wir uns beim Tower wieder. Fighten da. Ihr bei der Base. Ja. Du weißt. Wir müssen jetzt aushalten. Jetzt haben die halt einen Baron Bluff, den müssen wir erstmal standhalten. Sollte aber eh. Vor allen Dingen dürfen wir nicht fighten, das ist das Wichtigste. Ja, ich seh's grad. Ja, ich seh's grad. Ja, ich seh's. Ich hab grad's gesehen. Bin schon auf dem Weg jetzt hin. Ich glaub Toplands, äh, pusht zu denen also. Ja, aber da ist Quinn da oben. Dann pusht das nicht mehr. Quinn ist Topland. Wir müssen den da wegkriegen. Wen? Wir müssen den da wegkriegen. Wir bot. Einer nur. Nur einer bot. Ja, Stori. Stori bot. Wir pushen weiter. Leute, ich hoffe ihr wisst, dass ich ne Autotec von Caster Minion brauch. Oh, das ist sad. Das ist ne Janna. Äh, Max ist nur ein Ward. Was? Nach der Wille gehen wir wieder weg, sonst ist es uns zu gefährlich hier. Wir gehen wieder zurück, wir gehen zurück, wir gehen zurück. Max, können wir, können wir die Dings kriegen oben? Die Quinn? Spielt vorsichtig da unten, ne, wenn ihr nicht so viel Vision habt. Jaja. Ah, die Quinn ist schon wieder weg. Ja. Also einfach nur gegen pushen, okay? Die wollen Drake vorbereiten. Mhm. Ja, wir haben zumindest aus unserer Seite. Meils ist mit, ähm, pusht, äh, Battletons. Blister kommt runter. Braves ist da. Braves ist auch da. Braves hab ich betroffen, toll. Dann geht's jetzt zurück in die Base, geht's zurück in die Base. Der würde auf dich gehen. Der würde auf dich gehen. Geht zurück in die Base. Geht, in die Base rein geht, versuch irgendwie in die Base zu kommen. Max kann Meils eventuell gehen, ich bin da. Flynn. Vision Cut. One-headed, da. Draven, Draven, Draven. Scheiße. Oh Gott, komm weg, komm weg, komm weg. Oh Gott, oh Gott. Er hat Ulti, hat er Ulti? Oh Leute, renn, 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 renn und dein Leben. Okay, alles gut. Wie? Hab ich dein Karte Triple Kill gemacht? So egal, was will. Die Gegner runter und dann gesichsied. Reicht, los, hin wieder. Ich bin tot. Ich mein, ich bin tot. Ich muss wieder hin. Ich weiß ja. Weil es klang jetzt wie so eine Team-Aufforderung. Nein. Mach das jetzt sofort. Ja, so, Defender auf den Winnie. Ja, okay, einfach. Geh, oder? Ich weiß nicht. Wenn er eben so hin kann. Aha, stirb. Kannst du dich töten? Nee, kannst du dich lass es nicht chasen. Doch. Nein, Alec, die leben alle. Egal. Aber die leben alle und we, den kriegst du nicht mehr. Den kriegst du nicht mehr. Alec, du bist tot. Der baitet dich gerade zu todern. Ja. Was TP so übelst du weiß. Ja, das stimmt. Hat so lange das keiner gesehen. Doch, haben sie. Das Problem ist, dass er jetzt 60 Sekunden tot ist. Ja, das geht ja schon gedrefft. Ich weiß das. Die machen ja erst Dragon. Die machen erst Dragon, das kost Zeit. Ja, das ist deren vierter, fünfter, sechster, siebter, achter. Dritter. Dritter. Bleib mal locker. Ja. Das geht schon noch. Ja, nicht zu weit raus. Mach mal immer von Speed for Cran. Ich hab Flash und Ulti und Cure. Egal. Jaja, ich push noch die Rave noch durch. Alles gut. Ich weiß, was ich mache. 30 Sekunden noch. Ja, wir haben aber zu wenig Worts, als dass du wissen kannst, was du tust. 30 Sekunden noch. Trefft euch alle in der Mitte einfach. Die versuchen bitte durchzupushen. Die werden Quinn oder so zum Streetpushen woanders entstehen. Ja, Quinn ist doch schon top. Kehrt wieder und nicht mehr in Position. Sieben Sekunden, dann bin ich wieder da. Quinn push top, das ist aber... Machbar. Ich hab Angst, dass da grad irgendwas von Graves kommt. Da im Mutter. Mein Reiner Defensiv-Flash. Na, Quinni, wir waren hier das letzte Mal auf. Du bist hier der Bücher. Wo hat der acht Kills? Ja. Draven? Ja. Ja. Ja, er spielt einfach Draven. Ja, er spielt einfach Draven. Aber ja, er kann, er weiß, was er macht. Er kann auch farmen. Okay, top. Warum sagst du denn nicht, dass du ein Problem hast oben? Weil das Problem leider zu schnell weg... zu schnell da und zu schnell ins Ende war. Bryce, versuch's jetzt auf der Bot. Ja. Ja, ich versuch' alle drei Lanes jetzt grade. Hallo an meine Fresse. Ja, ich versuch' alle drei Lanes jetzt grade. Hallo an meine Fresse. Wir waren schon verloren, dass wir das erste Mal angefangen haben zu groupen. Joho. Ich werde niemals aus Bronze 2 rauskommen. Richtig. Das ist unser Ziel. Haha. Mit der Einstellung nicht, hast du recht, ja. Finn! Ich wär' jetzt das dritte... Wie hab ich jeden getötet? Wie hab ich jeden getötet? Ja. Ja. Hast du die Quindle von mir? Das ist ne, weil Lika vielleicht noch so viele Scheiß-Champs hast, dass du sie in Bronze ... einfach nicht alle bannen kannst. Botlane. Push to lane. Barron. Geht Barron. Vier Stück sind von den Tod. Stimmt. Barron. Ja. Dann bist du gleich wieder da sein. 25 Sekunden. Dann ist Draven wieder da in Graves. Egal. Wordet. Ja. Barron, preparen. Hier ein Wort. Ich wordet Freibusch. Oder? Okay. Da brauchen wir noch mal ein Wort. Dann stellen wir hier unten noch einen. Die werden eh hinkommen, aber was soll's. War ich grad aus dem Weg. Aber okay. Ja. Ich war schneller. Mach Diana. Wir fangen schon mal an. Da kommt noch zwei. Da kommt noch zwei. Mach lieber Schade mich hier drauf. Wenn wir den nicht kriegen, haben wir ein Problem. Das sag ich mal einfach so. Wenn wir den nicht kriegen, haben wir verloren. Ja. Und wo ist unser Jungle da? Der muss smiten. Ja. Den muss smiten. Ja. Das war jetzt schlecht. Nein, wir geben nicht auf. Warum hast du nicht gesmilted, Max? Weil ich bin in der Reichweite aufgenommen. Warum warst du nicht in der Reichweite dafür? Jetzt geht's. Einer tot. Heißt... Ja, warum denn? Das ist ja meine Frage. Warum bist du in der Reichweite? Ist egal. Mitte. Weitermachen. Komm. Quinn ist schon wieder tot. Alles ist gut. Ist noch nicht verloren, dadurch dass Quinn schon wieder tot ist. Doch. Es ist verloren. Weil der Draven ist alleine durchfuscht mit Brace. Und äh... Quatsch. Los. Hier. Mannzeit ist auf mir. Alles ist gut. Ich mach da nicht. Ich geh da nicht rein. Warum denn nicht? Weil ich da nicht reingehe, weil ich instant sterbe. Ich nehme mein Leben an. Das war eine Q von Malzahar. Kann da jetzt auch gerne reinspringen oder krieg ich gleich die Schnauze in die Schnauze und bin tot. Siehst du? Es war zwar keine Draven, Max, aber... Ich habe gerade 1.700 Schaden durch das E von Draven gekriegt. Äh, von Malzahar. Ich bleib froh. Ich wollte gerade von Alistar... äh... ...hinhaken. So viel Rücken. Schön. So, joho. Jaaa, ich weiß, dass die Meniens da sind. Ich bin jetzt alleine. Wie soll ich denn alles verteidigen? Towers sind weg. Noch stehen beide. Hier steht noch einer. Und so, top lane. Alex, hast du Teleport? Top lane. Sofort. Was bringt uns das, wenn wir hier nicht dürfen? Push den Tower durch. Wir kriegen das. Wenn schon überhaupt gedefft. Das ist gerade unsere einzige Chance irgendwie. Nein. Ne. Doch. Das kriegen wir nicht gedefft hier. Nein, weil schon Spylos ist ein Verwichter. Eben. Da sind ja schon wieder da, um euch am verteidigen. Ja, wir... Da können wir nichts machen. Die werden uns jetzt gleich zu 5 die Base einrennen. Werden sie nicht. Werden sie. Werden sie nicht. Positiv denken. Ne, ich kann nicht positiv denken, wenn ich weiß, dass wir das verloren haben. Das ist falsch. Wir haben schon ganz andere Spiele noch umgedreht. Mit 20 Gold. Toll. Vielleicht soll sie sogar spielen. Das beste Beispiel für Spiele umdrehen war damals mit äh... Hier und Dritte, die haben wir gebraucht, und da... und da ein Wort. ich habe ja du findest die bereits um dürfen ja der vierte ist nicht schlimm bist du nicht bist du nicht durch die zeit das sind noch mehr als die blöde kuh ja 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 noch mehr das hat sich so traurig das war nicht so traurigerweise das ist wahr ha 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 ha